willkommen zu einer weiteren runde ja ich habe gesagt ich mache es nicht mehr aber ich bin ehrgeizig wirklich und die homies wollen hat man merkt gerade meine homies die ich auch in real life kennen die wollen es einfach die wollen dass ich mich aufregt alles kaputt macht natürlich den gefallen durch euch nicht dass sie alles kaputt war aber erst mal begrüße ich natürlich alle recht herzlich für euch jetzt ein gut seid im guter umwelt und zu einem lebewesen das ist das wichtigste ich sag dazu nur weil die momies so ob mir glaubt oder nicht ich bin bis jetzt nicht einmal runtergefallen bis hierhin deswegen hoffe ich dass es noch weiter geht das ist der neue tag also liebes tagebuch wir haben heute den 13 7 2023 und ich hoffe dass wir es noch ein stückchen höher kommen noch mal den rekord jetzt von mir oder unseren eigenen persönlichen rekord überbieten ihr könnt jetzt eure einsätze machen meinen dame und herren schaffen wir es oder schaffen wir es nicht ich habe mir so gerade die frage gestellt ich jetzt noch mal da lang ja ich bin da runter fallen ich gehe noch mal da lang vielleicht soll ich auch lieber hier lang gehen ich weiß nicht kann euch nur sagen meine hände sind schwitzig mein kopf mein gesicht ist schwitzig ich bin total durchgenäst ehrlich ich bin total aufgeregt wirklich das spiel macht mich behindert in der bierne volle kann ich meine ich bin auch so binden aber das macht mich noch ein stück ein behinderter pure behinderung in einem video allein ich fange schon an zu rennen so was bekloppt ist meine hände zittern ich bin einfach was ich will einfach ich denke mal wenn man das immer über weiter überbietet dann kommt man oder einfach hin weil irgendwann hat man da drauf ich mache da fehler ich mache ich jetzt mal runter dreh dich doch mal schneller dahin bitte meine frisse das fakt aber überhaupt dieses spiel weiß ich ob das ordentlich ab verkauf macht das hier drohen modus also es ist richtig wir kommen wir wollen ja wie sagt man die mumis ich nehme jeden sturzflug mit auf wirklich bis unsere korte schlafen übrigens haben rekord geschlagen wo kann ich mir weitermachen kann video werden ich habe immer gesagt sobald der rekord überboten ist wohl nichts machen aber nein aber jetzt lächerlich da wäre wärmlich jeder war schon hier was hat dir was hat hier du willst mich als verarschen oder digger der hat mich jetzt da hingebracht wo ich war und dann soll ich ruhig bleiben dann soll ich verdammt noch mal ruhig bleiben willst du mich jetzt verarschen einer fliegt da nicht los sagt einfach ich kann nicht starten habe ich schwemme hör auf mit so weit junge biomi bleibt locker alter ich wollte nur sagen dann fliegt doch nicht einfach sagt du hast irgendwie startprobleme oder so aber fliegt mich doch nicht dann lass fliegen sein weil es hat der für die scheiße das ist doch ein witz jetzt kann ich da wieder hochklettern alter ihr wisst gerade ohne scheiß ne ich meine hat komplett ernst ne das ist hier kein fake oder sowas erst mal was das ding jetzt gemacht hat mich überhaupt da wieder abgesetzt hat und dass ich echt stink sauer bin ich bin stink sauer allein das hofft mit zum tag damit er auf darum zu flotten du alten okay okay wirst du was jeder der mich kennt ihr wisst ja ich bin die ruhe selbst ich habe kein bock mehr ich habe kein bock auf das spiel ich komme darauf gerade nicht klar der hat mich da abgesetzt er auf damit so ich muss mich mehr konzentrieren wirst du was ich brauche erst wenn ich über das zweite fast bin ich weiß noch weiter mein erster sprung gestern am zwölften wo er rekord gemerkt haben heute mein zweiter sprung und jetzt sind wir wieder hier da muss ich echt noch einen dritten sprung machen ich brauche zielwasser ein schluck muss ich trinken auf uns alle meine mumis stößchen pröschen man muss die nerven ruhig ja komm geh rüber da ey das ist doch ein witz da komm ich da überbietig mein rekord ne komm zu dieser scheiß drohne was auch immer das ist ne freu mich voll denkt der fliegt uns jetzt wieder hoch und da fliegt er uns runter ey da fliegt er uns runter was soll das ihr kleinen zecken hier ihr kleinen verbrecher und ich schwörs euch auf alles ne das haben die extra gemacht dass der penis mal hier nicht packt und so ne ah ne leck mich am arsch du trägst ding hast uns ja runtergebracht aber wiederum nicht schlecht wisst ihr was gut wäre wenn das auch wirklich alles flüssig laufen würde anstatt dass der mann nicht springt nicht packt kann mir keiner erzählen alter dass er mir jetzt erzählt irgendeiner so ja bei mir packt der immer weil ich der springt ohne ende kollege ohne ende nie einen fehler gehabt ey ich komm sofort nach oben am arsch mann kannst du dir irgendeinen anderen erzählen boah fuck alter kann ja nur hier lang gehen oder alles bleibt mein die mumis nee nee das gibt unseren ersten absturz oder oh guck mal hier das sieht lang aus ja man muss noch ein bisschen gucken ne ja diese jetzt bin ich echt gezwungen so ein drecksbett zu nehmen ne jetzt müsst ihr halt noch machen dass ich irgendwo noch anders klettern kann und dieses scheißbett gar nicht benutzen muss ich spring jetzt da drauf und dann lenkt er nicht und dann flippe ich wahrscheinlich noch darüber macht er dann meine mumis ich schwöre dann heute ist der 13 wir sehen uns dann am 18 oder so boah ey nur wegen dieser scheißkante war einfach nur jetzt pure scheiß auf ich will nicht belegen da war einfach nur glück da war einfach jetzt ey guck mal hier ich habe sogar meine scheißrichtung gewechselt naja das weiß ich jetzt auch weil ich hier alle drückt wie ach komm hehehe was hat denn alter da ist ein schalter oder ach guck mal der geht schon alleine ich wollte grad sagen weil unten ist noch so ein fahrstuhl da passiert nichts da wollte ich nochmal nachgucken ey was macht der hier der rennt ja allein durch die gegend hey meine mumis ich habe gar nichts gemacht deshalb war so hochgeklettert hör auf ey bro bitte hör auf ey bist du dumm oder so hör auf damit ich schwör auf meine mumis ich mach nichts ich schwör auf alles was mir einig ist ich mach nichts und der springt der klettert einfach so von alleine hu 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 ja ich hab schiss ja ich hab schiss alter hu 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 nein oh danke danke man danke ein ernsthaftes danke wirklich ich scheiße sind wir gut sind wir gut boah ey der leck mich an der socken da wird er so hochgeladen meine mumis sobald ich runterfall der rekord ist geknackt aber ich verspreche es wird weitergehen ich würde sagen war easy peasy alter bis dahin war nicht auf gar keinen fall aber ey der hat mich genutzt das wird heißen rekord gebrochen und ich wurde verarscht vom spiel selber von der drohne da die uns da einfach nach unten wieder gebracht hat aber das ist nice ich würde ja sagen oder er gesagt ich würde ja wirklich öfters darüber lachen ne anstatt da rumzuschreien wenn nicht so viele bugs werden boah das ist nicht dein ernst da soll ich hinspringen glaubst du selber nicht alter aber da boah guck mal hier ne oder oder ich glaub falsch da ist so ein kran da kommt man doch bestimmt auch mit so einem aufzug hin oder irgendein scheiß ist da wieder warum soll ich hier hin aber da ist aber was doch da guck mal ach was weiß ich also ich versuche jetzt darüber zu springen und wenn ich dann ein scheiß auf wir haben den rekord gebrochen wird dann heute auch am 13 direkt erscheinen alter ich würde der springt bei der macht das extra der macht das extra um mich zu ärgern ich wollte jetzt was anderes sagen aber egal ja aber wenn ihr redet wenn die kleine flamme redet dann läuft das ich laufe einfach nach vorne weil ich weiß alter ich habe da schon echt gute erfahrungen mitgemacht jetzt langsam man lernt ja daraus alter kletter doch bitte einfach sofort du bist du ein die da drauf alter meine mumis ach guck mal genau ne ich wollte grad sagen warten kam halt jetzt hat uns da wieder abgesetzt oder er gesagt wir sind da gelandet wo das scheiß ding uns hingebracht hat aber ist ja da vorne auch meine mumis ja es wird nicht am 13 erscheinen ich sag mal so für euch bis gleich für mich ihr kennt das ja ne bis gleich mach das nicht mach das nicht mach das nicht mach das doch ich schwöre du arschloch redet ey was will der denn warum macht der das ey was will der denn warum macht der das ey der macht das extra ich schwöre der der macht das extra alter guck mal wo ich hier bin guck mal wo ich hier bin warum ist das so dieses spiel macht mich bekloppt wirklich ja meine mumis ich sag mal so ne bis gleich so meine mumis da sind wir wieder also ich kann euch dieses spiel echt nur empfehlen er macht super gute laune es gibt nichts was ich daran aussetzen könnte alter guck mal hier was er macht boah ey bitte bitte digger alter stürzt nicht ab ja alter next record vor der homie army geh doch da drauf man ich schwöre keiner scheitert da wo ich scheitere ehrlich ich würde sagen alter ich schwöre es euch pass auf ich glaube einfach nach vorne ich mache lieber so hat sie besser aus ich weiß nicht was ich hier mache nein bitte nicht mach doch nicht so was er doch bitte auf damit bis gleich ich meine die mumis das ist umfassbar wirklich das ist umfassbar richtig kack alter mhm das ding ist da wo wir landen da unten auf das braunen teil da unter uns ne man kommt echt gut hoch toi 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 also ich sag mal so ist das ein stück kacke alter warum macht der das nicht älter ich wollte nur sagen man kommt da echt gut hin ne ich mach jetzt so alter ist mir zu doof alter ja du bist so scheiß zahl ja bis gleich meine mumis ich hab da absolut keinen bock mehr drauf dieses spiel ich hab da absolut keinen bock mehr drauf dieses spiel guck mal was eine missgeburt ist das ein stück scheiße am liebsten würde ich jetzt einfach so darunter stürzen das ist gleich ja da sind wir wieder also das richtig ehrenlos alter nicht ich sondern dieses spiel das tappt mich richtig ab alter das ist ohne fuck up nix anderes das geht mir richtig auf den Piss ich spür's euch danach hab ich keinen bock mehr drauf ich hab gedacht alter kommt gut an leute haben spaß da drauf ja klar muss ich da zerlegen alter runterfallen aber der packt nicht der springt nicht der verarscht mich einfach nur das ist jetzt das letzte mal ich will diesen rekord knacken so lange mach ich jetzt weiter heute ist ja übrigens meine mummies heute ist der 15. juli ne liebes tagebuch schaffen wir's oder schaffen wir's nicht alter und nochmal guck mal na ich war hier drauf gerade hier drauf und dann packt er nicht und jetzt packt er den kleine warte ist so kleine Pimmelader dreh dich doch einfach um brudi naja man dreh dich doch einfach um na gut ist na was mach ich jetzt ich fall einfach nach vorne boah boah ha 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 hey boah ich schwör bitte nicht ich will diesen rekord packen sorry dass du laub bin ich halt die frisse komm bitte jetzt einfach dahin ha 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 wow ihihihi wuhuhu birtch das muss sein meine Mummies das muss sein hier oh shit was ist das hier für ein Kack was ist das hier für ein Kack jetzt sag mir nicht ich bin hier ja noch falsch alter dann kriegt ja ein brett wenn das ding da nicht los liegt oder sonst ich habe ja so dass dieses haus und die luftverlust starten jetzt und wir fliegen aber nein fliegen nicht doch wir fliegen gleich aber runter jawohl jawohl bisschen zielwasser hier jetzt sieht gut aus wo das schön das ist schön mein neus we have a new record my lovely homies hello welcome to my channel please subscribes my channel ding dong ich freue mich jetzt hör auf damit darunter zu fallen oder sonst irgendwas muss ich machen guck mal der packt wieder nicht dieser kleine furz ich habe keinen bock den zu beleidigen wirklich aber kann doch nicht sein dass du missgeburt alter hör auf damit wassert ihr das seht ihr was das ding wegrollt oder so und direkt ins verderben stürzt aber das ist unser rekord das ist jetzt unser fucking new oh shit alter okay pass auf mein junges erklär am besten immer was ich mache renntaste ist reingedrückt ich hoffe jetzt mit weh nach vorne und dann versuche ich mit scheiß leertaste zu jumpen hat geklappt hier nochmal reindrücken den sprint nein doch ja mann alter reicht 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 für mich für mich ist ohne ab ab heute geschichte rennt hast du rein weh nach vorne und dann jumpy jumpy ja alter ding ist durch das ding ist durch ich habe meinen scheiß fucking rekord und boten ne er gesagt wir meinen die momis haben es geschafft wir haben es geschafft es reicht ne ach du kacke alter guck mal was die machen alter schaffen wir es euch schaffen wir nicht meine momis machen sie jetzt ihre einsätze nein der packt dann wirklich ey mich freut dann richtig natürlich pack weiter alter zieh richtig durch fall am besten runter du spaß machst du sonst auch immer du arschloch ist hoch oder runter hoch oder egal spritt das ist reingedrückt weh nach vorne und jumpen hat er nicht gemacht sie ich habe gesagt weh nach vorne jumpen hat das arschloch nicht gemacht vor acht guckt euch das an ey ohne scheiß wie gesagt ich habe früher schon mal gesagt ne ich habe auch nie abgefunden nein natürlich nicht wir voll da drin jetzt gerade geil 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 bitte tu mir heute eingefallen bitte bitte stürze ich einfach so behindert ab ich jump darüber habt ihr gesehen hat ich jump da rüber von mir nirgends da läuft hier ne komm hier einfach so shit alter geil 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 hu hu huu schon fast so weit gelaufen alter ich muss mich kurz drehen hier ich konzentriere mich jetzt hier ich konzentriere mich auf jeden ja guck mal dieser idiot ne ich schwöre ekelhaft was mich richtig an kurz ist ihr läuft einfach hoch dass so eine treppe ne und der springt da drauf ich denke was ich mein so jetzt den treppen ich könnte jetzt hochlaufen aber der macht so der packt einfach diese treppe dieses kleine stück packte einfach was soll das durch das an hier ist unser rekord hier ist die homie army record ich springe ein bisschen einfach mal so gucken ja ich lasse lieber ich weiß dass du mal kommt so ein glitch oder sonst irgendwas dann springt da einfach so durch was einfach nur ein kleiner penis ist arsch gesicht alter wie 10 weiter durch wir können uns richtig crazy ich freue mich total aber geil ist das muss ja echt loben umso öfter er spielt netzer standardmäßig werte aber besser aber umso öfters ihren diese ecke sein wo ihr runterfällt umso schneller kommt ihr rein bruder mach keinen scheiß mach keinen scheiß digger mal lasse einfach sein ich muss noch mal gucken wohin ok ok warte noch ein bisschen ziel was hier ja weiß ich nicht alter ganz ehrlich für mich reicht aber ich bin ehrgeizig ich bin ehrgeizig ich würde sagen also für mich recht auf jeden fall safe will gar nicht mehr spielen weil ein richtiger abpacken modus ist aber wenn ihr wollt spielt weiter und dort halt dann nur noch jahre anstatt tage oder wochen oder monate dauert einfach nur jahre wo bin ich hier ok wo muss ich hin wenn ihr muss jetzt mich verarschen hat ich muss doch nicht auf diese plattform keep out alter ich kenne kein englisch ernsthaft jetzt naja warte jump da so behinderten ich weiß hat sie geht schief aber egal unser rekord meine mummies wie immer machen sie jetzt ihre einsätze schaffen wir es oder schaffen wir es nicht ich kenne mich ich sag dazu nur die radio war ja 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 ok das ist wirklich so alter bitte fall da hin fall da hin fall doch da ja ich würde dich so abstürzen lassen wenn der weg nicht so weit wäre du stück furz alter ok das wirklich der sinn alter dass wir komplett durchlaufen und da packen ja meine mummies den rekorder verboten ich hoffe ihr seid zufrieden ich bin sehr zufrieden ob irgendwann davon nochmal ein video kommt weiß ich nicht hat tage wäre dort jetzt bis dahin wo wir gerade waren ich habe gesagt wenn man öfters hinkommt wird leichter aber da wird auf jeden fall stundenlang dauern ich werde es für euch machen und zu karl ist vom protokoll würde ich nur sagen diese kleinen scheiße ich habe dieses spiel gelobt für diesen preis du bekommst das unter 30 euro für die plätze spiel plätschen 500 steam und pc keine ahnung alter xbox weiß ich nicht ob es gibt auf jeden fall dieser preis war auf jeden fall nicht rechtfertig hätte höher sein müssen dann wo ich das spiel durch hatte haben die gesagt jetzt eine neue story also er gesagt die story wird erweitert und ich muss das kaufen das hat ich meine so ich denke so boah krass alter spiel zu ende schade neue spiel kannst du machen kannst du mit allen deinen waffen machen okay aber die story wurde erweitert aber nein diese story alter muss man kaufen und finde ich gut aber ich gönne den hat weil wie gesagt dieses spiel wurde zu niedrig gesetzt anstatt zu hoch deswegen holen die ihre hacken attack holen die sich wieder aber ist egal ich bedanke mich natürlich wie immer fürs zuschauen wir schon wunderschönen tag entweder sind wir zum nächsten video nächsten leistung oder ich sag dazu nur ganz wichtig für mich tut gutes und ihr bekommt gutes seit dem rutsch umwelt und zu einem lebewesen meine homies macht den scheiß und bleibt bitte gesund bis hier